So, neun Uhr morgens, Baradero. Das erste Mal kann ich skaten. Füße sind okay, Knie ist einigermaßen okay. War mir noch. Hallabe. Straßenverhältnisse einigermaßen okay. Die Temperaturen sind schon wieder über 30 Grad. Uiuiui. 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 Das ist cool, ein bisschen hart. Was ist das? Also nachtsgefahren könnte ziemlich kritisch werden. So, ich würde mal ein Stückchen anmachen. Oh, nein, nein, nein. Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Stark noch. Was ist da oben? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020